Das, was wir heute hier alle erlebt haben, war unfassbar, unfassbar, dieser Support und der Charakter dieses Teams war sensationell. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, es war unser Traum, hochzugehen, aber Träume kriegst du nicht per Fingerschnipp, sondern für Träume musst du liefern, musst du was leisten. Und das haben die Jungs auf herausragende Art und Weise gemacht. Und es freut mich wirklich für diese Stadt und für diesen Verein, der wirklich auch in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren richtig gelitten hat. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, das, was wir heute erlebt haben, darüber reden wir noch in ein, zwei Jahrzehnten. Das ist die Leichtathletik-Abteilung, das sind unsere Hammerwerfer. Timo, sorry. Habt ihr euch verdient, Alter. Viel Spaß, Rassi. Ja. 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 Vielen Dank.